Ab Montag, den 20. Dezember, gelten strengere Besuchsregeln für Pflegeheime. Ungeimpfte müssen dann einen negativen PCR-Testnachweis vorlegen. So sollen die Bewohner besser geschützt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Sozialministeriums. Die neuen Regelungen gelten in der Alarmstufe 2. Ausnahmen gibt es für Härtefälle wie Sterbebegleitung. Bei Geimpften und Genesenen reicht ein Schnelltest.